Hallo, ich bin Jimmy und heiße euch herzlich willkommen zum 20. Tag vom offiziellen Adventskalender von Star TV. Heute in der Primetime ab 19.15 Uhr zeigen wir euch zwei Folgen von 77 Sunset Strip. Hier ein Vorgeschmack auf heute Abend. Lieber auf den ersten Blick. Ist das nicht genutzt? Nicht für mich. Ich bin keine liebeshungrige, reiche Witwe. Ich habe viele Jahre allein gelebt, bevor ich Sam Bensons Frau wurde. Ich brauche dich, Anne. Du gehörst mir. Ich lasse dich nicht gehen. Na, Stu? Hat es Mr. Anderson geschafft, sie einzukaufen? Ich habe mich an ihn ausgeliehen. Sein Angebot war zu attraktiv. Soll ich deinen Kahn festmachen heute? Nein, danke. Glaubst du, dass Dino mal sechs Wochen ohne dich auskommen kann? Das halten meine Finanzen nicht aus. Es geht auf Geschäftskosten. Ich will dich nach Europa mitnehmen. Nach Europa? Mich? So ist es. Cookie, ich füttere hier so lange die Rösser. Oder ist es nur ein Scherz? Nein, es ist wahr. Die alte Welt, das ewig junge Paris, Champagner? Ja, und eine Pockenimpfung. Häng bitte nicht stören raus, Häuptling. Diesen bunten Luftballon gebe ich nicht so schnell wieder her.